Okay, also. Habe ich denn irgendwo Mohnensaat? Zumindest. Hm. Bäh. Hm. Hm. Nö. 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 Gut. Ähm. Ne, der Rest landet dann jetzt im Kühlschrank. Ah. Was ich mir wünschen würde ist, dass ich zum Beispiel auch wenn ich hier so den Kühlschrank offen habe, dass ich dann das hier auch bewegen könnte. Aber es geht nur, wenn ich nichts anderes offen habe. Okay. Gut. Dann gehe ich jetzt einfach pennen. Zack. Ok. Boah. Achso, ja. Ich habe ja Aufträge erfüllt. Also die Shorts. 750G. Und sonst? Nix. Okay. 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 Dann nicht. So. Oh. Och. Schon wieder. Oh. Uh! Uh! Erstmal danke für die Marmelade. Fürs Gelee, meine ich. Machen wir jetzt mal nochmal ein Granatapfelgelehr. Gelehr. Hatte ich nicht gestern erst Kaffee geerntet? Wie viele habe ich jetzt? 13. Okay. Nein. Nein. Sternenfrucht ist wichtig. Also finde ich. Mein Gott. Ich habe 13. Ich bräuchte 16. So und die restlichen Sternenfrüchte. Ja. Jetzt wird es problematisch hier. Platz. Nehmen wir mal die Scheiße da raus. Okay. Spuck mal aus jetzt. So und einen habe ich über. Den packe ich da noch mit hin. Warum auch nicht. So. Okay. Gewächshaus. Auch fertig. Mal diese Hühnerstatue. Was soll ich denn damit? Und wieso finde ich so viele davon? Wollt ihr mich verarschen? Ja, ja. Genau. Arschloch. Warte mal. Gewächshaus war ich. Pilzhöhle war ich. Dann kommen wir jetzt zu den Tieren. Dann nehmen wir doch lieber das Silberne Ei für die Mayonnaise. Und wir schauen uns doch mal an. Oh. 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 Tat mir kurz mal die Nase weh. Warum auch immer. Gut. Tiere haben wir auch erledigt. Gut. Äh, warte. Da geht nix ab. Gut. Ich glaube. Hat hier nicht mittwochs der Laden geschlossen? Muss man mal rausfinden. Ja. Mittwoch Ruhetag. Gut. Dann suchen wir jetzt mal die liebe Penny. Bist du vielleicht im Haus? Nein. Wo schläft denn, wo schläft denn Pam? Auf der Couch? Da gibt es ja nur ein Bett. Hm. Da geht's ja nur ein Bett. Ich weiß nicht, wie ich es schläft.